Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Bodyguard Box von Abstrakt. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Bodyguard von Abstrakt, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Es ist eine reguläre Box, also rein so von der Größe, so eine Deutschrap-Standardbox. Hier oben lesen wir 5,8 Musik präsentiert Bodyguard und was auch gleich auffällt, ist, dass man Bodyguard hier merkwürdig schreibt. Woran liegt das? Es ist so eine Eigenkreation, so eine Wortschöpfung. Einerseits natürlich das Wort Bodyguard, wenn man es mit Y schreibt, kennen wir alle. Heißt so viel wie Leibwächter oder Personenschützer, gibt es ja auch einen Film dazu. Und dann das Wort B-O-D-H-I, also Body, wird es häufigeren von Abstrakt verwendet und bedeutet so viel wie Geist oder Erleuchtung. Also aus dem eben eine Fusion. Dann haben wir den Interpreten hier abgebildet, Abstrakt, in einem sehr ungewöhnlichen Gewand. Also sieht so ein bisschen nach spirituellem Gewand aus, so nach Mönchsgewändern. Aber wir sehen hier einerseits ein großes Schwert, das hier in einer Schwertscheide steckt. Und natürlich dann auch noch hier eine goldene Desert Eagle. Also der spirituelle Geistliche weiß hier auf jeden Fall zur Wehr zu setzen. Im Hintergrund sehen wir dann hier noch diverse Gebäude, sieht auch so nach asiatischen Tempeln aus. Und ja, das war es soweit zum Cover. Zieht sich dann hier auf der Seite weiter. Hier haben wir dann noch das Logo des Labels. Und hier lese ich dann noch Abstrakt und Snow Goons Bodyguard. Und auf der Rückseite zieht sich diese Szenerie dann noch weiter. Hier haben wir die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Clubbox. Geht hier auf der Seite auf. Wir haben hier einmal eine Seed Bomb. Dann haben wir ein Shirt. Eine Autogrammkarte. Ein Poster. Die Instrumentals zum Album. So wie natürlich das Album an sich. So, von innen alles glatt in schwarz. Das Album hat hier in diesem Aufbau seinen Platz gefunden. Packen wir mal zur Seite die Box. Und nachdem hier wirklich nichts in Folie ist, können wir auch direkt mit dem Album starten. Packen wir hier noch kurz die Sachen zur Seite. So, und dann kommen wir wie immer als erstes zum Album. So sieht das Ganze aus. Bodyguard wie natürlich auch das Cover der Box. Hier dann auch noch auf der CD, auf dem Album. Das Ganze kommt in einem regulären Joule Case. Hier auf der Seite steht nichts. Doch, hier steht was. Schwer zu lesen. Aber, da ist die Frage, ob man das hier sehen kann. In schwarzen Buchstaben auf dunkelgrau im Untergrund steht hier, glaube ich, wenn ich es richtig erkenne, Abstrakt und Snow Goons. Aber es ist, wie gesagt, echt schwer zu lesen. Hier dann auch nochmal, Abstrakt und Snow Goons Bodyguards. Also Snow Goons, das Produzententeam, das hier das Album produziert hat. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 19 Tracks an der Zahl. Features sehe ich jetzt hier, kein angeführt. Okay. Und dann haben wir hier Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. Also, hier ist der gute Mann, Abstrakt. Der scheinbar hier in der Luft schwebt vor einem Feuerring. Okay. Weitere Fotos. Ja, also das Thema zieht sich durch. Wir haben hier überall Abstrakt in diesen Gewändern und mit Schwert und Pistole bewaffnet. Dann haben wir hier die Infos zum Album. Also, wir sehen schon hier, die Beats wurden allesamt produziert und gemixt von den Snow Goons. Und nachdem hier auch sonst kein Autor angeführt wird, hier steht wirklich nur Lyrics Written and Performed bei Abstrakt, gehe ich mal stark davon aus, dass wir hier keinerlei Gastbeiträge finden, hier wirklich nur Solo-Tracks. Oh, nein. Zu früh. Wir haben hier durchaus Features, wie ich gerade sehe. Und so haben wir Features von CR7Z, Quest God, Rough Kit, Defekt. Und hier dann auch noch Jinx und Survivor. Nochmal das Defekt, Survivor. Okay, also da habe ich im Unrecht getan. Durchaus Features hier mit drauf. Bodyguard. Und dann das Ganze hier zu Ende. Ja, kann man eventuell auch als Wendekover verwenden. Sieht gut aus, ist auch hier oben nochmal extra beschriftet. Ich schätze, dass es dafür gedacht. Ich werde es jetzt bei einem regulären Cover belassen. Aber diese Rückseite, dieses Alternativ-Cover kann auch was. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann kommen wir zu Album CD. So sieht die aus. Abstrakt und Snowgoons Bodyguard. Und hier auf der Rückseite lesen wir dann, der erleuchtete Geist beherrscht... Weiß die Frage, was steht da? Ich glaube, das Feuer. Das Feuer der Zeit. Abstrakt aka Bodyguard. Gut, soviel zum Album. Aber mit der Musik nicht genug. Wir haben hier auch noch die Instrumentals mit dabei. Die kommen in einer Papphülle. Hier haben wir jetzt das Cover, das wir hier auf der Rückseite hatten. Also scheinbar ist das hier dann verwendet worden als Instrumental-Cover. Instrumentals lesen wir unten. Auf der Rückseite auch wieder Instrumentals. So sieht das aus. Also die CD Ident, wie die Album-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals hier. Das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir ein Poster. Dieses ist, wie es aussieht, im Querformat. Und zwar haben wir hier das Foto, das wir auch schon aus dem Booklet kennen. Abstrakt hier. In schwebendem Schneidersitz. Dürfte gerade meditieren. Und unten rechts haben wir dann auch noch mal hier kompakt die Beteiligten des Albums, die Credits. Dann packen wir das mal wieder zusammen. Ah ja, die Rückseite ist übrigens blankweiß. Also das Ganze ist einseitig bedruckt im Querformat. Dann mit dabei eine Autogrammkarte. Auch diese im Querformat. Hier haben wir abstrakt mit einem Bendenner verhüllt. Und hier haben wir dann noch die Unterschrift abstrakt. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. ABSZ lesen wir hier. Und dann hier noch 58musik.com. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Ein T-Shirt. Und zwar ist dieses in beige gehalten, in hellbraun. Und wir haben auch noch einen Aufdruck. Dieser ist dann in dunkelbraun. Auch hier wieder dieses Logo, diese Abbildung, die wir schon kennen. Wie gesagt, wir erinnern uns. Hier. Und darunter lesen wir dann wieder den Interpreten plus die Produzenten und den Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir hier nichts weiter drauf. Aber wir haben auf dem linken Ärmel hier das Label aufgedruckt. So sieht das aus. Und das T-Shirt ist in der Größe, wo haben wir es? L. Es ist ein Gildan Soft Style und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Es ist eine recht ungewöhnliche Farbe, denn die meisten Shirts in solchen Boxen sind ja dann doch irgendwie weiß oder schwarz. Diese sind in diesem Fall in beige. Und als letzten Boxinhalt haben wir zumindest für mich eine absolute Premiere. Sowas habe ich noch nie in einer Box vorgefunden. Und zwar haben wir hier eine Seed Bomb. Eine sogenannte Body Bomb. Seeds to the Streets. Was lesen wir hier? Inhalt. Ein Seed Ball aus Erde, Lehm und einer bunten Blumensaatmischung. Erstens, finde ein sonniges Plättchen. Zweitens, Seed Balls zur Hälfte in die Erde stecken. Gib ihnen Wasser. Erlebe ein blühendes Wunder. Okay. Ja, darauf bin ich schon sehr gespannt. Und zu diesem Gegenstand, zu diesen Seed Bombs gab es dann sogar ein Gewinnspiel. Was lesen wir hier? Sendet ein Foto von eurem gewachsenen Body Bombs an bodybombs58musik.com um teilzunehmen. Der Gewinner erhält einen besonderen Preis. Einsendeschluss 17. Oktober 2015. Ja gut, wir haben mittlerweile 2019. Das Gewinnspiel ist wohl schon das ein oder andere Jahr vorbei. Macht aber nichts. Wie gesagt, die Box ist ja auch aus dem Jahr 2014. Das war zu erwarten. Aber, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da so dabei rauskommt. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Seed Bomb. Dann haben wir die Autogrammkarte im Querformat unterschrieben. Das Poster einseitig bedruckt, ebenfalls im Querformat. Das T-Shirt in der Größe L. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. So wie natürlich das Album an sich. Bodyguard mit insgesamt 19 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Bodyguard von Abstrakt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Abstrakt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao. ! B gu